Diese feiern das hundertjährige Jubiläum eines französischen Schriftstellers. Sie weinen über den Verlust eines nie gekannten Genies in seinen Tugenden, im Wesentlichen französisch, ein Vorbild an französischer, stilvoller Eleganz, französischer Lebensanschauung, französischem Witz. Man ist beeindruckt von der Meinung der Welt, repräsentiert von einem französischen Kritiker, gegenüber einem anderen bedeutenden französischen Schriftsteller. Sie sind alle bedeutend und sie sind alle französisch. Eines folgt aus dem anderen. Man geht zur Sorbonne, die Stimmen sind tief und feierlich, gelehrt und elegant. Allein der Klang und die unfehlbare Intelligenz, der einwandfreie Stil sind Garanten für Intelligenz und Weisheit. Wieder ist man vom schrecklichen Ernst und der schrecklichen Göttlichkeit französischer Literatur beeindruckt. 12. April Ich verbringe den Tag mit einer Erkältung im Bett, einer Folge des Regens und der Kälte der berühmten italienischen Riviera. H. hat mir meinen Essay über das Tagebuch vorgelesen und ich habe ihn ganz unvoreingenommen beurteilt, ohne allerdings zu versuchen, ihn umzuschreiben. Der Puls meines Lebens schlägt jetzt sehr langsam und das Fieber ist gewichen. 13. April Unsere Wohnung ist licht, behaglich, aber wir gieren vor den Schaufenstern der Antiquitätenläden nach den üppigen Wandbehängen, den Teppichen, den alten Truhen und Kerzenleuchtern. Ich hatte noch nie schönere Kleider, einen schwarzen, mit Eichhörnchen eingefassten Mantel, ein Abendkleid aus goldener Spitze, ein mandelgrünes Duvitin-Kleid, ein rotes Seidenkleid, ein lavendelfarbenes Schiffonkleid, ein purpurrotes Kostüm, ein Abendkleid aus rubinrotem Samt, feine Wäsche etc.